Hallihallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal Overfield Plays. Wir sind mal wieder bei einer Runde Diablo 3 in Season 10 und ich möchte mich an Qual 8, an einem großen Portal, mal austoben. Ich habe jetzt ein bisschen was an meinem Inventar, beziehungsweise an meinen Items, noch abgeändert. Und zwar habe ich den Helm noch angepasst, das heißt ich habe jetzt fast 400.000 Schaden, noch mal 40.000, fast 40.000 mehr als vorher, 30.000 oder 35.000 müsste ich jetzt noch mal, na egal, auf jeden Fall haben wir jetzt noch mal fast 10% mehr Schaden, noch fast 10% mehr Schaden und ich möchte mich jetzt mal in so einem Portal austoben. So, dann bin ich mal gespannt, ob wir auf die Fresse kriegen oder ob es jetzt tatsächlich hinhaut. So, erstmal Grundausstellung. So, dann erstmal Grundausstellung. So, dann geht's eben für dieseimmatism. Bis jetzt bin ich halt ganz zufrieden. Ihr sterbt! Also bisher läuft es eigentlich ganz gut oder was ist ganz gut so wie ich es erwartet habe. Ich brauche mehr Mana. Ich brauche mehr. 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 Mein Geist wächst unermesslich. Ich brauche mehr. 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 Für den reicht es. Ich brauche mehr. 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 Ich brauche mehr Schaden. Ich brauche mehr Schaden. Ich brauche mehr Schaden. Ich brauche mehr. 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 Untertitelung des ZDF, 2020